ich hab ich hatte nur ich habe da wirklich gemacht und zwar mit dem bomba kit leute und jetzt bekommt zwei runde let's play in der gs mit den guten der karassi hallo wie sind das beide premiums also er hat sich heute premium gekauft und dann habe ich mir hat er noch weil er 25 franken gehabt hatte denn er wollte eigentlich drei monate aber 25 franken sind ja nicht 25 euro und mit 25 euro kann ich auch mal die drei monate kaufen ja auf jeden fall hat er dann noch hat er denn weil er noch zehn euro irgendwie 15 franken oder zehn euro übrig hatte hat er den die mir gegeben und ja das deswegen habe ich ich habe ich habe vier golden äh vier eisen hatte habe ich jetzt hat dann hat er jeden von uns beiden von uns ein schönes kit pack gekauft verändergames oder das erste kippen habe ich jetzt bomber und so danke noch mal nicht bester mann oder was aber ich bin der weise und ich wenn du zufällig zwei europäische karte kauf die auch und gibt es brauchen noch ja halt drei euro ich habe in drei europäische karten noch aber ich bin grad hinter wird so ich mache und jetzt mal auf ich mache es jetzt mal von spät ich habe noch ein eisen ich habe selber ein gebe das eisen job mit der eisen so hat mir ist auch wieder sein und einfach mal ein eisen und geht weg so ist ein schulder sich dafür und ja wie sind beide wie gesagt bomber ja wo man bestrickt oder wo bist du genau was passiert bei bomba wo sind gilt ich habe ich habe ich habe damit gemacht und zwar mit dem bomber kit ich habe ich habe nicht gerecht ja ich nur für mich mache ich kurz schnell okay ich habe mich für eisen scheiße man so bewittert ja ruhig lange müden ich habe mich angst jetzt hier nichts passt hier kommt aber nicht da ist jemand ich habe schon gesehen muss hier finden ich muss ein ziel finden ich will wieder getauscht ist ja okay der ist er weit weg ist dann kann ich mir kurz mal ich habe wieder in die ja ich habe richtig gute sachen gerade ich mache mir jetzt kurz sachen ich schon sagen weil der nächste ist ein guckes wie die suchte gewesen von endergames was ich nie gespielt spielen konnte und jetzt roste ich aus von endergames was wo die ja volle eisen volle eisen ich bis immer noch schon weit weg ich brauche jetzt noch ein größer von irgendein ich bin ja ich brauche schon viel fleisch hier auch schon viel fleisch er hat richtig schön viele sachen dabei ender perl hier hin dass die sind so schön weil ich sortiere ich gerade noch meine items hier hinten ist ein kleiner speed boost die typisch die man denkt sie können die können die können die können die alle leute umbringen die sich selber fast sinken ist so unglaublich hobbylos und diesmal hoffe ich kriege ich eine gute runde weil ich bin ja eigentlich relativ gut kriege ich habe keinen bogen ich bin leben dann ich bin leben habe ich genügend ich habe ich bin wie wir hat dann habe ich genügend für den bogen weil ich eine pass auf wegen denn da gehen wir sind ja immer wieder in der wundersprung ja dann gehe ich auf ihn gehen doch zu mir ja ich weiß ja er wird hier nicht nicht gg nein müsste vor dem rad die diese ist ja irgendwie mehr ich wollte mir gerade die die diamant dinge anziehen die land super kraft wird kommt dann nächstes leistet ich mache ein lassen ich habe kann nicht weil ich habe einen behinderten meck und das ich habe fast kein leben mehr ein sagt man nicht wenn ihr kommt es müssen ich mag bin kann man ein live stream macht weil ich habe ich habe meck ist nicht ganz so leicht ich glaube die ganze scheiße gerade weg euch noch heißen aber ich habe ich habe ich brauche keine sinnlos also ich habe bogen verfeilt ich brauche nur noch ich habe noch ab nur eine schadensbuttel ja ich hab das spiel ich kenne ein paar im kaputt er spielt man glaubt mir ein täglich wo wir nicht so hoch für kind irgendwo ein mob irgendwo ein mob irgendwo ein mob ich brauche noch map jetzt ist der tp hat die mir im sondern gamke hätte hier überall so eine haupte kinder ich brauche noch mal nicht irgendwo map du kommst du mir kommst du mir kommen kommst du Komm zu mir, komm zu mir. Ich? Nein, nicht du, nicht du. Komm doch zu mir, komm zu mir. Oh, ich lese einen Tag. Mein Tag. Es wird Tag. Tag, Tag, Tag. Tag, 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 Tag. Es wird Tag, Tag. Jetzt hab ich beim Tag. Mann, was ist da bei dir hinten los, Mann? Bist du verrückt oder was? Da fuckt, Mann. Oh, das ist mir gerade erschrocken, Mann. Was ist bei dir los, Mann? Mach dein Ding leiser, Mann. Was kackst du mich gerade an, Mann? Was geht bei dir falsch? Ich nehme mal, die kann mich mit dir aufnehmen, wenn du so ein kranken Störgeräusch im Hintergrund hast. Oh, Mann, war das für Entschuldigung für die Leute, die sich jetzt ein bisschen nicht aufregen. Aber er wollte auch nicht mit aufnehmen, und ja, 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 ja. Ich hab einfach gesagt, ja. Fand ich auch nicht so schlimm. Ich beruhigte, werde gehe noch ein Tier finden, weil ich will gerne ein bisschen XP haben, aber könnte ich versuchen. Hinter dir. Ich sehe schon, dass hinter mir einer ist. Sorry, ich meine, ja. Aber ich versuche, ich versuche, ich versuche lieber, Tier zu killen. Ich weiß es nicht, gerade versucht anzugehen, aber ich versuche lieber zum Tier zu gehen, weil das Tier macht ja schon ein bisschen Schaden. Ja. Meine Mutter hat Quatsch. Ja. Verschrauben. Oh, der Typ, der ist der nächste hier. Oh, der ist der nächste Typ da hinten. Der Hilfe, Mann, leck mich doch. Was ist das? Ich sage sie. Ich sag es mal. Aber ich sage sie schätze. Ich sage sie. Ich sage sie, schätze, ihren Ayi zu Koffeln. nicht so ein Dieさい. Die Ohren. Nein, ich sage sie. Kein Hörbisch. Ja, mein Mikro ist gerade abgestürzt. Nein, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Scheiße. So, das war immerhin die Runde. Meiner Meinung nach war sie nicht ganz so schlecht, aber ja. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ich nehme jetzt schon neun Minuten auf. Das heißt, ich glaube, ich hänge jetzt noch so eine kurze Runde ran. Oder ich hänge noch irgendwas anderes ran. Also wir nennen es ja gleich nach dem Cotton Cut. So, jetzt geht's, warte hier. Oh, ich bin noch mal wieder da. Scheiße, scheiße, wo bist du, wo wusste man? So, wenn ich, ich bin nicht, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Du siehst du nicht? Okay. Dann renn einfach runter. Ich hab vier Reisen wieder. Okay, dann machen, 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 schwer und ich suche nach Kostner Kiste. Und ich renne dann gleich zurück. Ich bin nur noch eine schöne Kiste finden, weil ich darf nicht zu weit weg. Aber rennt du einfach gerade aus, okay? Ja. Wo bist du? Warte, ich mach was später. Ich track dich, okay? Track dich. Du, 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 du,u. Mach recht mit dem Kompass, recht richtig mit dem Kompass, okay? Ja, ich bin nicht dum. Ja, so kannst du mich tracken. Und so rennen zu mir, okay? Aber ich bin's dumm, es sich schwer zu machen. Ich verflieg dich. Ich track mich nicht. Doch, du, du. Du, ich track dich aber, also musst du mich auch tracken. ja jetzt wirklich es gibt mich nicht mehr ich will schön bleibt es sind doch ist man die stoppen ist weil ich ich soll ich mich mit dem ich wünsche hier oben ist jemand rennen weg ja du wirst dir schwein entscheide ich auch danke ich habe kein leben mehr und essen gehen das nicht lang und du hau ab okay wenn ich die töte in das johann ist wurde tauscht wurde tauscht war so tot ja ich bin getauscht habe ich habe ja ich weiß ich habe gehört er hat sich mit dem hodschwert geklappt ja klar die schweine sind genau bei nach der grenze schweinchen kommt zu mir kommt zu mir schweinchen ja schweinchen du brauchst du willst nicht da rausgehen schweinchen ja gut so gut so gut so gut so gut schweinchen oh man ich brauche noch komm schon schweinchen kommt zu mir ich bin so gut mit abweg schweinchen ich bin dagegen wenn ich jetzt sterbe aber ich will trotzdem noch mindestens ein zwei leute killen weil ich will auch ein paar punkte kriegen ist was Peter wusste ich gar nicht gar keine punkte ist jemand noch am leben das schweinchen ist schweinchen mein wird nicht sterben ich bin davon hin weg 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 Nein! Das f***! Lebst du noch? What the f***, Mann? Ich hab genau die ganze Zeit, weil ich gekillt habe, als da gerade jemand vorbeilieb. Und dann bin ich selber runtergefallen. Ich bin in Schock, das ist ja relativ. Also ich bin jetzt in eine schöne Folge hier. Und ja, ihr könnt ja mal werten, wie ihr die Folge fahren habt. Wenn ihr mehr wollt, von Ende gehen von mir, dann macht natürlich eine positive Bewertung. Wenn ihr die Folge scheiße fandet, dann macht eine negative Bewertung. Aber ehrlich, und nicht irgendwie, ich, ja. Ja, Hater, mir ist scheißegal. Und wenn ihr die Folge negativ bewertet, dann sagt, was daran schlecht ist. Oder sag jetzt bitte nicht, dann scheiß PVP nicht, okay? Danke. Eine richtige Meinung. Also, auf Hater ist es mir sowieso scheißegal. Und dann sag ich einfach bis zum nächsten Mal. Wenn ihr nicht abonniert habt, dann tut das, wenn ihr nichts mehr von unseren Videos verpassen wollt. Von mir, Lulox und Leeroy. Wie gesagt, alles gesagt. Und dann sag ich einfach bis zum nächsten Mal. Und ciao.